Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Genau, wir sind bei Episode 3. Der lange Weg. Und wir starten die Episode. Ladebildschirme sind halt einfach geil. Oder? Oder Leute? Sind sie geil? Ja, ich glaub schon. Previously on The Walking Dead. Previously on AMC's The Walking Dead. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. Word's getting out that you want to leave the motor in. Well, here isn't doing us any good. You should think about coming with us, you and Clem. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it! No! Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. You're right. We shouldn't take this. The rest of us are taking this stuff. Don't worry about it, little girl. Bandits have their eyes on that dairy. As long as they keep eating from them, you'll be safe. In Zusammenarbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Episode 3, Der Lange Weg. Outdoor Sean Benhamen. Benhamen. Erstmal richtig hinsetzen. Oh man! Lee, woher kommst du, um zu bleiben oder zu gehen? Du meinst, um das Hotel zu holen und in die RV zu holen? Ah, ich bin mir halt nicht sicher, ob wir die Mappe haben oder nicht. Das stimmt. Bisschen ist besser als gar nichts. Shit. You okay? The ladder's come loose. I'm not sure how many more trips she's got in her. I'm not sure how many more trips we've got in us. Okay. Okay. Was haben wir hier denn alles? Ich könnte hier auf den Jeep klettern. Hier kann ich auch nicht weiter, ne? Ne. Hm. Hm. Nein, nein, nein. Achso. Nicht, nicht wegschieben. Warum knetterst du da nicht rauf? Oh, ich kann schon mal wegschieben. Hm. Winde. Looks like it still works. Lily's not doing so good, huh? Well, we killed her dad. We did kill her dad. We killed her dad. We killed her dad. Alles klar. Könnte auch erstmal die Leiter versuchen, ne? Was? Hat sich erledigt. Looks like she's had it. What now? I'll find another way up. Better gonna move on. Ja, ja, ich beeil mich ja schon. There's no safe way through that mess. Schade. Kenny, come on. Ah, shit. Dammit. I can't reach. Sorry, pal. All right, stay put. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ist das funktioniert? Hm. Einfach nur, hm. Ah. Ich hoffe nicht. Sie wird da. Sie wird da. Duck was gefragt, ob der Mann auf Herschel's Farm. Wirklich? Ich war nicht sicher, dass es ihn verraten hat. Natürlich war es. Was heißt er? Er hat sich nur auf der Mitte des Nacht, schreie ihn mit der Herschel. Er hat er denkt, dass er verraten hat Herschel. Oh, Gott. Ich bin sorry. Fakt der Was ist, wir haben es gemacht. Sie sind mit dem, gut zu sein? Leer, ich bin okay, ich habe das. Gib mir deine Hand. Shit! Alles klar? Oh shit. What do you mean? I mean, we leave her alive and she draws them all to her, buying us time. I can't. Think about it. We're always worrying about the ones we can't see. She stays alive and brings them all out of their holes. No! No! Go away! Go! Go away! No! Oh god! Nee, ich kann sie nicht einfach leben lassen. Es tut mir leid Kenny, aber ganz ehrlich... Nein! I'm sorry Kenny! Ja, das konnte ich halt nicht tun. Ich konnte sie nicht einfach im Leben lassen. Und sagen, yo! Stirb mit Schmerzen komplett. Das wär halt... Nee, das wär mies. Was ist das? Vorräte? Ich hätt' mir noch mehr Zeit lassen können. Äh, ich hätt' mir mehr mitnehmen können. Ich hatte nur keine Zeit mehr, sag ich Gott. Scheiße! Ich dachte so, hm, was nehm' ich jetzt mit? Habe ich nicht genug Platz oder nein? Aber nein. Auf und über. We're still clear. Let's hustle. Jimmy! Help! Oh god! Oh god! Uhhh! 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 Er lebt noch. Lee. Okay. In der Zeit, in der er ihn einfach nur angesehen hat, hätte er ihm auch einfach, weiß ich nicht, nochmal andere geben können. Einfach durchböllern, so. Ach, Mensch. Ups. Er bringt sich, wie es aussieht, sehr gut in die Gruppe ein. Clementine redet immer noch mit ihren Eltern. Du bist zurück. Ben fand ein paar Sticker in einem Schraub. Und ich setze sie auf meine Walkie. Hey, liebte Pea. Das ist nett. Ich werde dich in einem Moment finden. Ich werde dich in einem Schraub. Ich werde dich in einem Schraub. Es ist einfach nicht viel. Das ist es? Ja, wir haben uns ausgesucht, dass wir nachher ein paar Wochen machen können. Fuck. Das ist warum ich gesagt habe, und ich will nicht so, wie ein Rekord geschlossen, aber wir müssen uns auf die Straße gehen. Ich werde dich in einem Schraub mit 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 einem Schraub zu machen. Warum würde es nicht so, wie es wäre? Ich weiß, dass ich was es braucht, um alle safe zu halten. Wir sind schon safe. Wir sind schon sicher. Das ist kein Schraub, Lilly. Das ist kein Schraub. Das sind Schraub. Und wir haben genug Aero-Schraub sticking aus dem Schraub zu verbrechen. Wir machen was für die Kinder. Das macht das Sinn? Es ist ein Suicide, da draußen. Wir werden uns in hier sterben. Du bist richtig. Du kannst du jemanden schlauern und tönen uns zu uns. Wir machen es wieder, sind wir? Wir können es, Carly. Keine Ahnung, Leute. Ich bin sorry. Jemand braucht eine Entscheidung für die Gruppe zu machen, aber ich glaube, dass du nicht mehr wunderschön ist. Wir sind stärker zusammen. Es kann nicht nur du gegen uns, Lilly. Wir sind sorry für was passiert mit deinem Vater, aber wir sind jetzt zusammen. Was ist das Essen? Was ist das Schutz? Was ist das Schutz? Was ist das Schutz? Was ist das wenn dieses Ort fallen? Was ist das? Was ist das? Wie hat das nicht funktioniert? Wir haben alles, was wir brauchen. Weil ich, Lilly. Das ist B.S., Kenny. Und du weißt es. Was ist mit der Medizin? Wir haben vieles Essen aus dem Schraub. Du hast sogar noch nicht gewonnen. Wo sind wir denn jetzt? Wir können nicht nur unsere Fingern verbrechen für mehr Schraub. Alles, was passiert mit uns ist, ist eine andere Angelegenheit für dich zu holen. All ich will ist eine Woche der Frieden, von nicht zu hören. Was ist das? Wir würden gar nicht mehr über unsere Medizin und Supply stocken, wenn Lilly nicht auf dem Schraub. Was bedeutet das? Eine Frau kam aus einer Alley. Sie hat die Mütze auf sie. Sie hat die Mütze auf sie. Sie macht genug Geräusche, dass wir viel Zeit haben, was wir brauchen. Sie hat die Mütze auf sie verbrechen. Sie hat die Mütze auf sie verbrechen. Sie hat sie verbrechen. Sie hat sie nicht verbrechen. Sie können nicht sie verbrechen. Wir alle verbrechen. Wir haben alle verbrechen. Wir haben alle mehr als andere. Wir haben unsere Leben auf die Liste, die diese Runde in die Stadt verbrechen. Sie können nicht glauben, das was wir sehen. Wir alle verreicht, Ken. Sie sollten sich die Leihel nicht machen, was es tun hat. Es ist nicht so einfach für ihn. Die Mütze auf sie nicht verbrechen. Es ist nicht eine Stadt. Es ist voll von walkers. Und die Menschen, die wir verlassen sind, die sterben und wandern auf die Straße. Es ist hell auf die Erde. Und es kommt. This way. Es wird nicht leichter sein, auf der Straße. Wie wirst du wissen? Was ich wissen? Ich weiß, dass du nicht übermütigst. Ich weiß, dass jemanden wir uns verbrechen haben. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß, dass die Leute, die ich mit dir vertraue, werden immer kleinerer jeden Tag. Jetzt alle weg. Ich bin weg. Eww. Sie wird es überrascht. Sie wird es überrascht. Sie wird alle zusammengefallen. Sie verstehst du, Ken? Sie ist richtig. Sie ist nicht mehr als das. Das ist nichts mehr so leichter. Das ist nichts mehr so leichter. Sie sind nicht mehr so leichter. Sie sind gut. 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 Es ist wahrscheinlich wertvolle, dass Lilly mit Lilly mit dir gesagt hat, was sie sagt, was sie zu vermitteln. Mit sie in der Art, wie sie ist, ich will sie nicht sehen, als sie verraten. Sie sind nicht verraten. Keine Frage. Sie sind gut. Und ich würde gerne sprechen, wenn du eine Minute hast. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldigt. Ich bin entschuldig. Du musst nicht entschuldigen. Du kam hier zu mir, oder zu coddeln mich? Ich wollte, was du gesagt hast, was du gesagt hast. Du wissen, was passiert? Und du kam hier hier zu entdecken? Und du kam hier hier zu entdecken? Ich bin hier nicht zu entdecken. Ich bin hier nicht zu entdecken. Ich kam hier hier zu helfen. Es ist ein Traitor. Jemand, einen von uns, da hinten. Er oder sie oder sie haben hier zu entdecken. Für real? Wer? Was hast du? Ja, für real. Und ich habe nichts. Ich weiß einfach nur. Lilly. Es kommt oft, und es ist die gute Sachen. Antibiotik, Oxy... Fuck, alles mit Opium in es. Ich sehe das, und es ist gut. Ich habe meine eigene. Das ist ein Traitor. Ich bin jetzt ein Traitor. Ich bin jetzt ein Traitor, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich einen Traitor zu beginnen. Also willst du, dass ich einen anfangen werde? Ich will, dass du dich herumschrauben. Was ist da drin? Was ist da drin? Ich habe das gefunden, in den Schrauben gefunden. Wir haben keine Erwerbungen ausgelöst. Wir haben es nicht ausgelöst. Wir haben es geschlossen. Du würdest nur versuchen, eine Flaschleitung zu entfernen, wenn du es benutzt, wenn du es nicht brauchst. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Ich bin jetzt ein Traitor. Du musst nicht alles verstehen. Kann ich helfen? Was habe ich gerade gesagt? Du bist der Graves Detektiv, und ich kann Dick Grayson sein. Du bist der Wart. Das ist Robin. Ich weiß, wer es ist. Okay, du bist Robin. Ich weiß, wer es ist. Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Schau dich herum. Lass mich wissen, ob du etwas weisseres findest. Ich bin alles klar.